Hallo und herzlich willkommen beim Hub des KI-Campus Baden-Württemberg. Mit unserer Lernplattform für künstliche Intelligenz stärken wir die KI-Kompetenzen hier in der Region. Der Hub ist Teil des KI-Ökosystems, das hier in Heilbronn mit dem Innovationspark für künstliche Intelligenz entsteht. Mit unseren digitalen Lernangeboten, speziell für die Region, mit vielfältigen Community-Aktivitäten bringen wir den Innovationsstandort und Bildungsstandort Baden-Württemberg gemeinsam mit unseren Partnern weiter Vorrang. Mein besonderes Highlight sind die Lernangebote, die wir mit unseren Partnern entwickeln, zum Beispiel zu KI im Handel, zu sozial orientierter künstlicher Intelligenz oder zu KI-Entscheidungsgrundlagen für Unternehmen. Es macht unfassbar viel Spaß, mit unseren Partnern vor Ort zusammenzuarbeiten. Der KI-Campus ist die Lernplattform für künstliche Intelligenz. Mit kostenlosen Online-Kursen, Videos und Podcasts im spannenden Themenfeld künstliche Intelligenz. Unsere Schwerpunkte liegen auf KI in Hochschulen, in Schulen, in der Medizin und natürlich auch in der Unternehmenslandschaft, wie zum Beispiel KI im Handel. Es wird am Ende die künstliche Intelligenz sein, die unser Leben so durchzieht, wie es die Digitalisierung heute schon tut. Und der KI-Campus ist eben da ein wichtiger Faktor, um einfach Weiterbildung, Ausbildung in diesem Bereich anzubieten. Auf unseren Events bringen wir Bildungsakteure, Unternehmen und KI-Interessierte aus der Region zusammen. Möchten Sie die digitale Zukunft und KI-Qualifizierung in der Region aktiv mitgestalten? Dann werden Sie Teil des KI-Campus-Hub Baden-Württemberg.